Prophetischer Traum von Jeremiah Johnson Am Mittwochabend, dem 18. Oktober, hatte ich einen Traum, in dem ich durch die Straßen Jerusalems ging und betete. Ich spürte die Präsenz eines starken dämonischen Fürstentums. Ich wusste in meinem Geist, dass das, was ich erkannte, nicht neu war, sondern dass es sich um ein uraltes Übel handelte, dessen Auftrag es war, das jüdische Volk zu vernichten. Plötzlich sprach Gott im Traum zu mir und sagte, ich werde mit Hamas so umgehen, wie ich es mit Hamann getan habe. Die Art und Weise, wie ich Gott zu mir sprechen hörte, ließ mich sofort verstehen, dass Hamas weit mehr als eine moderne Terrororganisation ist, sondern tatsächlich ein dämonisches Fürstentum, das seit Jahrhunderten die Erde durchstreift und nach menschlichen Schiffen und Volksgruppen sucht, dass es durchwirken kann. Der prophetische Traum veränderte sich plötzlich und ich befand mich in den 1940er Jahren im Deutschland. Ich spürte dort genau die gleiche Präsenz eines starken dämonischen Fürstentums, genau wie ich es tat, als ich durch die Straßen Jerusalems ging. Gott sprach im Traum zu mir und sagte, ich habe mit Hitler zu tun gehabt, genauso wie ich mit der Hamas zu tun habe. Mir wurde sofort klar, dass Adolf Hitler ein Wirt und Gefäß war, durch das das dämonische Fürstentum der Hamas im Zweiten Weltkrieg operierte, um das jüdische Volk auszulöschen. Der prophetische Traum verlagerte sich ein letztes Mal dorthin, wo ich auf einem prominenten College Campus in Amerika spazieren ging. Wieder spürte ich genau die gleiche böse Präsenz eines dämonischen Fürstentums, die ich in den 1940er Jahren vernahm, als ich betend durch die Straßen Jerusalems ging und auch durch die Straßen Deutschlands ging. Gott sprach in dieser letzten Szene des Traums zu mir und sagte, ich werde mich mit Harvard befassen, genauso wie ich mit der Hamas umgehen werde. Er fuhr fort, Jeremiah, sie müssen die Kirche vor dem warnen, was an vielen Universitäten und Hochschulgeländen in Amerika geschieht. Denn der Geist der Hamas bringt eine noch nie dagewesene Generation intellektueller Terroristen hervor, die Krieg gegen Israel führen und auch christliche Freiheiten auf US-amerikanischem Boden angreifen werden, dann bin ich aufgewacht.